ja hallo schütze hier von rams wir sind hier in regensburg und jetzt kommt man mit ich zeige euch was das ganze werden die neue skaterhalle in regensburg gemeinsam mit dem spot erfahr arbeiten wir ein konzept und das ding wird geil ich verspreche es euch kommt und stay tuned